Und er sagt eben, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könnt in dem zukünftigen Zorn entfliehen. Und dann in Vers 8, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und das ist ein Vers, über den viele Leute stolpern und zu dem viele falsche Lehre und verderbliche Irrlehre existiert. Weil Leute sagen, siehst du, du brauchst eben die Werke, um gerettet zu werden. Wenn du nicht die Werke hast, dann bist du nicht gerettet. Aber das ist nicht, was der Vers lehrt. Lass mich dir diesen Vers erklären. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Erstmal müssen wir klären, zu wem redet Johannes der Täufer hier? Redet er zu Christen allgemein? Nein. Er redet zu Propheten, konkret zu falschen Propheten. Es geht hier nur um Pharisäer und Sadduzeer. Nur die bezeichnet er als Schlangenbrut. Nur von denen fordert er, dass sie Früchte bringen, die der Buße würdig sind. Er fordert das nicht von Christen allgemein, von all den Leuten, die zu ihm kommen, um getauft zu werden im Jordan, sondern nur von den Propheten, von Pharisäern und Sadduzeern. Propheten verkündigen Gottes Wort. Das ist, was das Wort Prophet bedeutet. Es ist jemand, der Gottes Wort predigt, verkündigt. Und wenn wir Gottes Wort verkündigen, besonders wenn wir das Evangelium verkündigen, dann werden wir Früchte tragen als Christen. Denn die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann gewinnen wir Seelen dadurch. Wir bekehren Menschen zum Herrn, wir führen Menschen zum Herrn. Und diese Leute sind eben unsere Früchte. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Also unsere Frucht, die wir als Propheten, als wahre Propheten hervorbringen, die wir das Evangelium verkündigen, sind eben weitere Christen. Das sind unsere Früchte. Wie erkennen wir jetzt aber, ob jemand ein wahrer oder ein falscher Prophet ist? Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 7, Abvers 15, Hütet euch aber von den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Wir erkennen Propheten an ihren Früchten. Und was sind nochmals die Früchte? Das sind eben die Leute, die sie angeblich bekehrt haben, die sie angeblich zum Herrn geführt haben. Und an diesen Früchten, an den Leuten in einer Gemeinde zum Beispiel, erkennen wir, ob der Pastor ein wahrer oder ein falscher Prophet ist. Daran, ob sie eben gerettet sind oder ob sie nicht gerettet sind. Oder noch schlimmer, ob sie Söhne der Hölle sind. Denn was sagt Jesus selbst über die Pharisäer? Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass sie Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Also ihre Frucht waren Söhne der Hölle. Sogar zweifache Söhne der Hölle. Zweimal mehr als ihr es seid. Ja, das waren Verworfene sogar. Ihre Frucht waren eben nicht Christen. Sie hatten keine gute Frucht, sondern sie hatten schlechte Frucht. Und ein schlechter Baum, eben Pharisäer und Sadduzeer, Irrlehrer, schlechte Bäume, laut der Bibel, was ich dir zitiert habe, aus Matthäus Kapitel 7, Abvers 19, können keine gute Frucht bringen. Sie können niemanden retten. Dagegen, wir als wahre Propheten können keine schlechte Frucht bringen. Und Johannes fordert eben von den Pharisäern, hey, zeig mir doch eure Früchte. Denn warum? Sie waren Propheten. Und wie erkennen wir, ob ein Prophet ein wahrer Prophet ist, ob er wirklich gerettet ist, an seinen Früchten? Also Johannes sagt erstmal, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Ihr wollt dem zukünftigen Zorn entfliehen? Ja, ihr habt Buße getan angeblich? Hey, wenn ihr wirklich wahre Propheten seid, wenn ihr wirklich gerettet seid, zeigt mir eure Früchte. Wo sind eure guten Früchte? Aber sie haben eben schlechte Früchte. Und hier ist das Problem an der Sache, Leute beziehen das einfach auf Christen allgemein. Nein, wenn du keine guten Früchte hast, dann bist du nicht gerettet. Und sie sagen, dass es einfach Werke sind. Das ist falsch. Denn worauf bezieht sich das grundsätzlich, wenn es heißt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen? Es bezieht sich ausschließlich grundsätzlich auf Propheten. Aber was ist, wenn ein Christ nicht das Evangelium verkündigt? Wenn er nicht Gottes Wort verkündigt? Wenn er also kein Prophet ist? Kann man ihn dann an seinen Früchten erkennen? Nein. Wenn er nicht Gottes Wort verkündigt, wenn er nicht das Evangelium verkündigt, wenn er nicht Seelen gewinnen geht, dann hat er keine Früchte. Dann kann man nicht ihn an seinen Früchten erkennen. Heißt das, dass er nicht gerettet ist? Nein. Natürlich kann er gerettet sein. Wenn er das richtige Evangelium glaubt, ist er gerettet. Dann raten wir mal was. Wir werden ohne die Werke gerettet. Und Seelengewinn, das muss jeder Christ tun. Und das ist eine Schande, wenn Christen nicht Seelengewinn gehen. Aber du bist natürlich trotzdem gerettet, wenn du das richtige Evangelium glaubst. Also Früchte bezieht sich auf die Leute, die gerettet werden. Beziehungsweise auf Leute, die angeblich gerettet wurden, sich aber eben als schlechte Früchte herausstellen. Früchte sind nicht Werke. Es bezieht sich hier konkret auf Propheten. Nicht ohne Grund heißt es dann in Vers 10, jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Heißt das hier, jeder Baum, der keine Frucht bringt? Nein, sondern es heißt, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es geht hier um gute Früchte. Nicht darum, dass man Früchte allgemein trägt, wenn ein Christ das richtige Evangelium glaubt, gerettet ist und keine Früchte hat. Kein Problem, er kommt trotzdem in den Himmel. Aber wenn er Früchte trägt, dann stellt sich die Frage, sind das gute oder schlechte Früchte? Denn dann würde man ihn eben wirklich erkennen, ob er ein wahrer oder ein falscher Prophet ist.